Ja, und da sind wir jetzt auch ganz schnell wieder zurück bei South Park. Wir sind wieder, also wir sind immer noch im Stripschuppen hier und müssen ja einen besonderen Cocktail für den DJ mixen. Und ich habe schon gesehen da oben, also das da, hatten wir uns ja glaube ich schon in der letzten Folge angeguckt, dass wir dieses Jelbglas brauchen. Und ich würde mal sagen... Okay, es hat funktioniert. Nein. Ah, drücke oben auf die Flammen zuvor. Ah, okay. Ah, das war sehr effektiv. Du darfst die ekligen Sachen tragen. Toll. Danke, Käppen. Popel und Wichse. Eine perfekte Zutat für unser Gebräu. Wirklich? Okay. Ja, gut. Popel und Wichse kriegt er halt in sein Teil mit rein. Fettige Muschelpizza. Das klingt auch voll eklig. Ich mag sowieso keine Meeresfrüchte. Gefriergetrocknetes Rindfleisch esse ich dann sogar lieber. Okay. Eine Zutat fehlt uns aber noch. Was ist denn, wenn wir jetzt... Okay, wo sind eure Eltern? Kommt jetzt her, sonst gibt es richtig Ärger. Was ist das denn hier? Employer... Der Care. Okay. Ich nehme mir mal, ne? Hey, noch ein Gin Tonic. Wow, toll. Und wir haben uns den gekauft. Oh, Mann, ey. Können wir das Baby schlagen? Ne, das Baby können wir leider nicht schlagen. Es ist so durch hier. Ja, das sieht jetzt... Das sieht alles so eklig aus hier, Alter. Na gut, man geht ja auch nicht in den Stripshoppen, um irgendwas zu essen, ne? Also man ist ja selber schuld, wenn man im Stripshoppen irgendwas isst. Äh, ja. Gedrückt halten. Boah, boah, boah. Jam, 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 jam. Oh, ja. Rätselmeister. Achso. Ratternscheiße. Wichtiger Gegenstand. Mit den Zutaten wird das ein Höllendrink. Bäh, ist das eklig, Alter. Stell den Drink her. Okay, das kriegen wir garantiert hin, über Crafting, denke ich mal. DJs Spezial. Gin Tonic, Wichse und Popel und Rattenscheiße. Geil. Vielleicht fehlt noch irgendwas. Noch was? Sollten noch fehlen, Junge. Ist doch schon alles eklig. Was ist los mit dir? Wir können leider noch nicht weiter Crafting. Er fordert Crafting Rang 10, 9. Das haben wir alles noch nicht. Wir müssen dafür eigentlich hier, ne? Steht hier 6, 6, 4. Ja, das bringt alles nicht sehr viel. Wir können noch Verbrauchsgegenstände bringen. 8 hier oben, das Macaroni-Bild. Wiederbelebungsserum. Könnten wir uns rein theoretisch auch nochmal einen herstellen. Weil ich das wichtig finde. Und die Burritos vielleicht auch, oder? Ich meine, dann haben wir sie. Dann haben wir halt ein bisschen Leben. Und wer weiß, ob wir das irgendwann mal echt gut gebrauchen können. Kommt garantiert irgendwann mal. Gut, das Macaroni-Bild weiß ich nicht, wie sehr uns das hilft. Ich meine, damit können wir ja den einen rufen. Könnten wir eigentlich auch herstellen. Stellen wir einfach her, komm. Wir haben's doch, weißt du, wir haben's doch. Machen wir ein bisschen Crafting. So. Gibt ja auch 8 von den Dingern. Das ist ja auch super. Cyberwolf-Handschuhe. Ja, klar, komm. Her damit. Wir sind leider noch nicht level up dadurch. Naja, macht nix. Wir kommen, wir... Es geht ja langsam vorwärts da, ne? Also, das ist ja... Hm, ist das widerlich genug, um den DJ außer Gefecht zu setzen? Oh, die ganze Wichse, die da... Ja, klasse. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist der DJ. Unsere nächste Tänzerin muss sie nicht groß vorstellen. Sie ist ein echter Appetithappen. Applaus für Candy. Ansehen. Oh ja, Candy. Ja, das ist ein Appetithappen, ja. Drück deine fetten Arschbacken einfach in die Stange rein. Alter, die muss sie richtig reindrücken, ne? Wenn man mal sieht. Und mit der Peitsche und alles. Und sie rubbelt sich da einfach nur. Naja, ein bisschen... Ein bisschen... Politur auf ihren Arsch und schon kann sie diese Stange ein bisschen polieren, ne? Eigentlich geht das ja auch. Ja, wer... Hier, bitte. Ah. Du hast nur den Furz rausgeschmeckt. Boah. Okay, Leute, jetzt lasst mal ordentlich was hören. Und vergesst nicht, euren Kellnerin Trinkgeld zu geben. Auf der Bühne geht es gleich heiß hier. Applaus für Classy. Äh, genau, Leute. Auf die Bühne mit Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der das I aus dem ASF fickt. Applaus für Classy. Hey, was rufst du mich raus? Ich bin doch noch gar nicht dran. Warte mal. Du bist nicht der DJ. Das muss sie sein. Oh, shit. Das sind an der Cover-Bohlen. Ihr nach. Klar, wir sind an der Cover-Bohlen. So. Wir haben Classy herausgelockt. Jetzt müssen wir sie nur noch schnell fertig... Ja, gleich, warte. Hier ist noch ein bisschen... Ein bisschen Kram. Oh, Management. Klebeband. Ja, Hauptsache ein bisschen Zeug, ne? Wie ist hier lang gerannt? Blendende Sphäre. Oh, da können wir mal gucken. Warte, ich sehe schon. Falsche Taste. Entschuldigung. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Piu. Piu. Ist immer noch gesperrt. Okay. Kommen wir vielleicht noch nicht rein. Vielleicht kommen wir später doch da rein. Jetzt müssen wir erstmal Classy einfallen. Mann, nimm das dicke... Mann, wie sehen die dann aus, die Weiber? Die beiden sind hinter mir her. Helft mir. Alter, was hat die denn da für einen Tripper? Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, das glaube ich auch. Oh mein Gott. Auf der Seite, Ladies. Captain Diabetes und sein Sidekick müssen diese Stripperin verhören. Wenn ihr zu ihr wollt, müsst ihr erstmal an uns vorbei. Ja. Raut euch doch. Äh. Okay, Leute. Ja, geklär sie hinterher. Wir haben eine Spezialstufe für euch. Die zwei Arschlöcher, die wir in den Drink gefurzt haben, werden von unseren Ladies gleich so richtig durchgenudelt. Ah, ne, bitte nicht. Die sehen alle so schön so aus. Bei der Macht des Diabetes befehle ich, er geht euch. Die sehen alle so furchtbar aus. Ich baller die erstmal alle. Ich baller die erstmal alle zurück. Was macht sie? Ich hab keine Ahnung. Lass Classy nicht entkommen. Boah, Classy, ey. Was ist los mit dir? Jetzt geht's los, Lady. Koppelnusten wir die erstmal weg. Wir sind geschützt. Es ist echt toll. Applaus für Paris. Ohlala. Oh ja, toll. Mh. Mit Michael Jackson Nase. Geil. Sie kommt direkt von der Copacabana zu uns. Ihr wisst schon, wer ich meine. Applaus für unsere Lüsternde Lola. Nein, bitte nicht angreifen. Sorry, Ladies. Hier kommt man anders wieder. Weg hier. Gar nicht. Ja, das hier eher. Wir machen sie fertig, ja. Brennen wir sie erstmal ab. Brennen wir ihr erstmal ihre ganzen Schamhaare aus dem Gesicht auch. Ist es hier gerade heiß und scharf geworden? Oh, das ist der Grund der Esmeralda. Ah, die sehen... Die sehen aber... Das ist aber auch echt die... Die... Die Nachmittagsauswahl, oder? Da hängt noch was von mir dran. Äh. Ekelig. Ich meine, ich will nicht, dass da was von dir dran hängt. Ja. 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 Ja, machen wir auf. Wir machen nämlich jetzt beide gleichzeitig platt. Erledigt, Alter. Endlich ist die zweite Wahl. Schicht Blaze. Einen kräftigen Applaus bitte. Und hey, können wir das Licht etwas runterdrehen? Ja, bitte. Gleich haben wir sie weiter so. Hepatitis stinkt gegen Diabetes voll ab. So, ich mach einfach so weiter, weil es funktioniert ganz gut. Ja, das ist aber auch eine. Oh, jetzt seid ihr kleinen Penner richtig am Arsch. Schnapp sie dir, Chantal. Aufgepasst, meine Damen und Herren. Hier kommt die Meisterin der Mösenfürze. Die Herren des Sadomaso, die definitive Domina. Chantal LeGrande Popole. Hey, Schätzchen. Für diesen Hintern bist du nicht bereit. Ich werde dich mit meinen Arschbacken zacken. Nein, bitte geh weg, Chantal. Hande auf. Oh, fuck, Alter, ist die eklig. Oh, Gott. Dieser Arsch, der quälscht uns wie Armeisen. Entkomme es Chantal LeGrande Popole. Ist diese Anzeige voll, unterbricht Chantal LeGrande Popole den Zug und greift sofort an. Ihr habt keine Chance gegen einen Arsch von dem Ausmaß. Ja, das glaube ich auch. Aber wer hat schon eine Chance gegen einen Arsch von diesem Ausmaß? Nimm das! Zack, die hauen wir erstmal um. Nur, meine Schönheit beißt ins Graf. Zeig ihnen, wo der Hammer hängt! Dem Hinternen kommst du nicht, Schätzchen. Oh, boh. Ekelig. Wenn ihr jetzt flieht, steigt eure Lebenserwartung immens. Oh, wir waren eigentlich gerade dran gewesen. Ich finde das fies, dass wir jetzt nicht mehr dran sind. Zack, die, Alter, ist schon mal weg. Wir müssen weiterhin... Lust auf den Labdance? Oh, nein, geh weg. Ich komme. Die ist immer so nah... Die ist mit ihrem fetten Arsch immer so nah an uns dran. Ich will das nicht. Kleine Warnung. Dieser Arsch ist tödlich. Okay, dann ist sie weg. Das ist gut. Dann ist die alte schon mal weg. Das ist wichtig. Hey, oh, nein. Nein, bitte nicht. Wir sind so nah. Das ist aber... Das ist gemein. Oh, nee, bitte nicht. Ähm... Ja, scheiße. Wir kommen nicht wirklich zum Zug. Dein Hintern sieht, glaube ich, echt immer Blut, oder? Oh, Mann. So, wir machen Diabetes-Kampfpower. Diabetes. Ja, friss, Monster, friss. Wir müssen von der Fettärsche, die Fettarsch weg. So, die ist schon mal weg. Ich bin dran, Bitches. Jetzt hast du, was ich hab. Ein Tripper? Eklig. So, beeilen. Zack. Okay, wir sind aber schon mal wieder ein bisschen von Classy's... Äh, hier nicht. Schandhalts fetten Arsch weg. Ich find's gut, dass sie zu Glück so fett ist. Halt mich von dem Arsch fern. Weil sie dann so langsam ist. Weit aufmachen, Bitch. Gut gefangen, Fickgesicht. Hey, sei doch mal ein bisschen netter zu mir. Sorry, dass wir das gewaltsam lösen mussten, Ladies. Sieh zu und lern. So, beeilt. Dann können wir die noch weghauen und dann sind wir auch... Oh, Gott sei Dank. Wir haben der... Wir sind der fetten Tonne entkommen. Augenflammenkostüm. Narbenconcealer. Level up? Ah, fast. Hey, lass mich rein, Arschgesicht. Die Bullen sind da. Was? Schnell, geh rein. Oh, nein. Schwert ab. Glaubt gar nicht, dass ich das Ding nicht benutze. Ah! Los, in das Restaurant. Schnell. Wir müssen das Schilf hochheben. Schön. Ach, ja. Du hast ne Pfeife, Alter. Ah, schön. Okay, gut. Schon wieder? Alter, hau's dir... Woher hat er eigentlich immer den Apfelsaft? Nein? Na gut. Das nicht. Oh, Gott. Das war zu viel. Ich brauch mein Insulin. Ich brauch mein... Oh, nein. Oh, Gott. Mein Insulin ist alle. Du musst mir helfen. Ich hab Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr. Ich sterb gleich an einem Zuckerschock. Ich... Ich sterbe. Oh, Gott. Mama. Mama, ich sterbe. Jemand muss mir helfen. Bitte. Nein. Captain Diabetes ist tot. Rauffurzeln bringt uns auch nicht weiter. Hier ist der Kuhn. Wie läuft es bei euch? Naja, Captain Diabetes ist tot. Alles cool bei euch? Gut. Weiter so. Komm, wach auf, Junge. Nein, Captain Di... Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Was? Soll ich was kräften oder was? Nee. Was? Ich bin verwirrt. Warum hat er mir das jetzt gesagt? Warum hat er mir das jetzt gesagt? Was sollen wir jetzt machen? Verdammt. Ich gucke erstmal hier. Äh, Rückstoß und sonst auch nichts. Nein, nur Rückstoß und... ...andern Mist. Aber nicht wirklich etwas, was uns mehr bringt. Wenn wir das hier machen... Oh, wenn wir das hier machen, dann kriegen wir wenigstens... Äh, der Rückstoß bleibt, aber wir... Ups. Äh, der Rückstoß bleibt, aber die ultimative Erholung geht ein bisschen höher. Dann nutzen wir das doch. Das passt dann doch. Perfekt. So, äh. Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Ja. Ich verstehe nicht ganz. Morgen, Fui-Man. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Nein. Um ein Enchurito zu essen. Oh Gott. Halte L2 und L... Der geht direkt durch. Alter. Ich erlebe. Was ist gerade passiert? Wer bist du? Warte mal, was ist passiert? Ich dachte, ich wäre ein Überzucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Immer noch voll in der Nase. Zeitfurz-Glitch. Ein Zeitreisefurz-Glitch haben wir. Geil. Hast du mit deinen 14 Sachen durch die Zeit schicken? Hammer geil. Okay, kümmern wir uns um Classy. Kuhnfreunde, wir haben sie gefunden, aber die sind italienische Restaurant geflüchtet. Trauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle Kuhnfreunde, los geht's. Er hört auf Captain Diabetes, also wir können jetzt... Glitche den Zustand vor Objekten oder Lebewesen. Bam. Zeitreise. Ja, klar. Warum auch nicht? Warum auch nicht in Zeitreisefurz? Weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich hab gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnappstrossel. Hey. Möchtet ihr die Spezialmenü haben? Bitte sehr. Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Und das auch noch okay finden. Weißt du, wenn du mich fragst, wollen die nur ihren Kummer ertränken. Ja, ja. Alle antfurzen. Die hier hinten haben leider nichts zu sagen. Die wollen nicht ihren Kummer ertränken. Da hab ich noch eine Handtasche gesehen. Herpes verseuchter Lippenstift. Mh, lecker, lecker, lecker. Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner Ehe unzufrieden. Ja, meiner Meinung nach haben eine Menge Drogenabhängige einfach nur Probleme in ihren Beziehungen. Wahrscheinlich dröhnen die sich zu, weil sie sich von ihrem Partner eingeengt fühlen. Das muss schrecklich sein. Ja, das scheint hier eine ziemliche Saufabsteige zu sein. Ist jemand an der Tageskarte interessiert? Nein? Okay. Wo sitzen eure Eltern? Da hinten, siehst du sie nicht? Kuhn und so. Bitte warte, um zu beherrscht. Wo ist das Mädchen? Hallo. Kann ich hier sonst noch irgendwas? Irgendwas Schönes finden? Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Geil. Alter, ich stehe auf Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Aber leider hilft uns das hier nicht weiter. Habt ihr sie nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein? Wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie kann nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, seht mal nach. Ruft, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erst mal ein paar Gressini. Der Kuhn. Ist jetzt unser neuer Verbündeter. Sehr schön. Glaube ich. Ich glaube, doch. Der Kuhn ist doch bestimmt cool, oder? Humankind. Zeitcaptain Diabetes und der Kuhn. Und wir müssen jetzt erst mal in die Küche gucken. Und sehen, ob da die Stripper waren. Echt?